guten morgen freunde die sonne scheint ich bin in meiner alten heimat nämlich in haaren ems wir werden heute und morgen für die band band jambo x wiederum ein video drehen ein musikvideo wir sind gleich da ich sehe den kühlturm schon vorm hündler kraftwerk hier guckt es euch an krasses ding krasses ding nico stelle in da haus hier steht neun uhr kaffee zwei nach neun es geht schon wieder los es ist michael ist wieder dabei mille in haus pünktlich geliefert wunderbar wird übermorgen wieder abgeholt die maschine das ist unser set das ist unsere location hier werden wir uns heute austoben heute und morgen setting nummer eins dunkler raum schreibtisch pc will im musik als akteur allein der vorsitzende der nachher läuft es ist ja high end ist eine professionelle einigen stativ adapter high end so ich muss sagen also ich konnte mich schon gut einbringen die zweieinhalb kw hatte ich jetzt alleine aufgebaut jetzt hat es aber leider an den anschlüssen gehapert da war ich noch nicht aber nico ist ja da das so schön das ist ein nupsi anschluss darauf achten dass der nupsi an den anderen nupsi passt nupsi auf nupsi nupsi auf nupsi ja verstehe man kann sie drehen 2,5 kw ich möchte es mal wiederholen weil ich war es alleine die aufgebaut zu haben die haben wir hochgetragen ja wie ist dein erster eindruck leben am set ja freunde requisiten sind auch wichtig für so video drehen ja diese requisiten fallen ein wenig seltsamer aus möchte ich fast sagen ok this is scary nico wie heißt das denn dass wir heißen ich werde ihm franz nennen ich werde ihn franz nennen ich werde ihn franz nennen ich bin und bleib bloß weg ab jetzt spreche ich dich nur noch mit elvis an du bist jetzt nur noch Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen, Elvis has entered the building. Auch hier wird ein wenig improvisiert, du machst es einfach selber. Du vertraust nicht den anderen, du machst es einfach selber. Hey, das war mein Job vor 20 Jahren. War ich als Special Makeup Artist und Beauty Makeup. Das heißt, Willem, back to the roots. Back to the roots! I guess what I found, the earth is really flat and Elvis is not dead. So, normaler Tag am Set, hier läuft jetzt Willem, der Astronaut rum. Willem, was ist los? Nächste Szene? Ja. Erste Szene gut gelaufen, was ich gesehen habe, hat mich überzeugt. Werner alias Elvis, abgeliefert, abgeliefert. Das dauert ein bisschen dick am Set, hier. Willem, wie fühlst du dich? Ja. Ich muss ein bisschen lauter reden. Ja. Wie geht's denn da drin? Ja. Ich kann nicht so arbeiten. Erstmal Latte. Erstmal Latte. Bleib mal still stehen, Willem. Zurück. Und weiter. Was macht ihr da für ein Quatsch? Oh. Oh. Geil. So. Nächstes Setting. Wir nennen diese Sparte jetzt einfach mal Hollow Man. Alles, was ihr hier in grün seht, wird nachher rausgekiht in der Post-Production. Das heißt, im Grunde wird nachher nur ein Zylinder, Jackett, Saxophon und Sombra zu sehen. Tja. 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 To like. Das ist einfach nur verstörend und unheimlich, aber das kleine Kind ist süß. Wir sind bei der zweitletzten Szene angekommen. Spannend, wird nochmal eine kleine Herausforderung, weil das Timing genau passen muss. Wir haben Beamer-Projektionen, wir haben eine Krankenschwester, wir haben ein Baby. Wow. Wir haben ein Flugzeug, da ist es. Und wir haben einen Geist in der Wand. Sehr, sehr spannend. Epischer Abgang für heute. Super geil. Sieht ein bisschen aus wie ein Bambule-Hinterhof-Treff, aber ist tatsächlich Teil des Videos. Wie ist die Lage? Alles gut. Kommst du wieder morgen, oder? Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Wenn es hier Kaffee gibt, ja. Mark, kommst du auch morgen, oder nicht? Hat die das denn nicht ein bisschen wenigstens... Wir machen doch wieder Kaffee, oder? Aber Mark, wir haben doch darüber geredet. Du kommst doch noch morgen. So, Freunde. Wir beginnen den Drehtag Nr. 2 mit einem sogenannten Green Screen Setting. Wir haben jetzt einen Fernseher auf dem Green Screen aufgebaut. Später in dem Video werdet ihr diesen Fernseher fallen sehen. So, jetzt wollen wir noch mal was kaputt machen. Nächste Szene. Fernseher stürzt aus 2-3 Meter Höhe auf den Boden. Zerspringt Funkenflug. Dafür ist Ralf Cordes vom Stunt Team Harem da. Und hoffentlich einen sehr zerberstenden Fernseher mit ordentlich Geschepper. Was passiert denn jetzt? Wow, das wird heftig. Was habt ihr denn vor? Schatz, das fließt hier alles in der Luft nachher. Wie jetzt? Großer Bums? Kleiner Bums? Kette Nummer 5. Ralf. Guck dir den an. Das ist ein stattlicher Kerl. Der kann nur großen Bums, glaube ich. 3, 2, 1, sieh. Und pictures of an orange man with really funny hair. You better believe it's all through. Do you, do you? Jetzt sind wir wieder zu, wenn wir wieder zu bringen. Nico, Kaffee ist durch. Kaffee ist durch? Kaffee ist durch. Und so sieht die letzte Szene aus. Willem auf dem Boden. Das Ganze von oben gefilmt. Hallo Jesus. Willkommen am Set. Ziggy Stardust. Wie geil ist das? Base of Jesus grows on Oaks. Giant Spiders live on Mars. They are traveling the stars. Maybe Ziggy was just right. Are you ready for the fight? Kirsten, Kirsten. Huh? Kirsten. Ja. Ist das richtig letzte Szene? Wir sind kurz vor dem Ende. So, es ist offiziell. It's a world! Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh. Jetzt ist der Mark noch wieder da. Wir sind ja fertig. Wir sind ja durch. Das muss ich erst mal erzählen. Mark. 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 Mark, wir sind fertig. Brauchst du nicht mehr. Wir sind durch. Ganz zu Hause. Tschüss. War schön. Tschüss. Tschüss.